Freikampf mit dem Schlussmann, der Grazer. Aber wieder gute Anfangsphase, der Hütteldorfer und guter Abschluss und das ist der Ausgleich. Ansehen, ey! Und wieder die Österreicher über Enes Depetschik. Enes, tief, tief, tief! Ah, Jus! Wow, wow! Und jetzt die erste gefährliche Aktion vor dem Tor. Da war wirklich alles dabei, da haben wir ein Feuerwerk an den Dakt. Oh, wow! Geräus. 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 Ruhig, ruhig geht's, ruhig, ruhig. Ja! Fabian Egenfelner ist auf jeden Fall runter, die Jakovic da. Und hier vorbei an Wallace, sieht auf der linken Seite Tepecic. Tepecic, der probiert. Der vielen Degenäre, die da bei Horn in dieser Saison unterwegs sind. Auf die zweite Stange gedreht, aber alle Mitspieler orientieren sich am kurzen Pfosten. Die zweite Liga absolviert hat, 15 Minuten noch zu spielen. Sehr gut gespielt.